hallo freunde ich begrüße euch zu einer folge ww classic und wenn euch gefällt was ihr seht drückt bei youtube abonnieren bei twitch folgen und wenn ihr mich anderweitig unterstützen wollt folgt einfach den hinweisen unter dem video oder in der beschreibung bei twitch und jetzt lasst uns anfangen so willkommen zurück im ww wir stehen hier mal wieder vor dem feld mit den erntebehütern mein mitstreiter hat sich geändert mittlerweile also nein die person ist noch die gleiche warum machst du denn so ein mess das mache ich doch nee du bist ja das bin ich doch so ich probiere es noch mal mit dem intro der bär war wieder voreilig weil wenn er ein bär ist es auch ein bär dann soll er auch als bär kämpfen weil dann ist heilen nicht seine aufgabe sonst kann ich auch gehen und blümchen pflücken ich bin hier als priester sonst vollkommen unnütz so egal also wie gesagt wir sind zurück in ww der krieger hat sich jetzt in einen druiden gewandelt und ist ein bär also quasi auch ein tank halt nur in einer anderen art und weise war eine zeit lang also wenn ich mich an meine klassik zeiten erinnere zu damaligem war der bär als tank verschrien es gab viele dienen druiden als bären nicht haben wollten ich habe mich dann damals selbst eines besseren belehren lassen und zwar dass es funktioniert ja gut die reisen spendet 1000 euro dann tut das mal und schreibt nicht nur per irgendwas in chat schöne idee gut also wir haben da grundsätzlich nichts dagegen wenn jemand das machen möchte aber ich glaube das ist dann übertrieben aber sieht hübsch aus wenn man das so liest da kommt ein zweiter bleibst du bitte mal ein bär ja das ist dass ich habe es gemerkt es tut mir leid ich war jetzt jetzt war ich etwas langsam entschuldigung ich war gerade abgelenkt weil hier jemand und was hast du doch gemacht hast 1000 euro gespendet okay ich guck dann nach aber nach wenn es so ist dann schenke ich dir ich kann nicht wieder überleben mache ich auch gleich ich muss jetzt nur ach so und 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 aber ist eine schöne idee und es sieht erst mal gut aus im chat und was wir dann mal noch gucken könnten ich glaube das müsste es als klassik ähm version auch geben akrometer ist eine schöne sache eine schöne unterstützung das muss man dann mal noch installieren aber jetzt am anfang sage ich mal ist es noch nicht unbedingt notwendig äh ja die brauchst du ähm du könntest mir den einen noch geben ja den 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 mal der wildnis ist eigentlich vollkommen ausreichend du hast mir aber nicht gegeben nein nein ja geht dir bei dabei weil ähm wenn du mal ein bisschen schaden bekommst dann kriegt dein Leben auch ja dann verwand ich mich auch zum bären ganz einfach ja nur los Video läuft lass uns mal gucken ob wir innerhalb von dem Video schaffen ein paar quests Ja, mach einfach. Ja, ich muss da aufpassen mit dem Angreifen. Das ist nicht so einfach. Das meine ich nicht. Wenn ich beim Angreifen bin oder bei den Zaubern bin, dann sehe ich dich immer nicht so schön eingeblendet. Und dann kann es passieren, dass man schnell mal was übersieht. Dann soll man einfach oben links rumklicken, auf den Link. Mal rumklicken, frisst Zeit. Ich muss jetzt erstmal gucken, weil ich habe die letzten Tage Factorio wieder gespielt, weißt du ja? Und da bist du komplett auf andere Tastenkombis aus. Was? Ja, ja, wenn nicht so viel rum mit denen. Alles in Ordnung. Sag doch nur Bescheid, wenn ich das erste Nachmittag habe, dann kann ich auch nicht antworten. Ja, ja. Ich muss ruhig anzeigen. Ja, du hast ihn doch. Ist doch gut. Ich mache aber etwas wenig Schaden. Was machst du? Ich mache aber etwas wenig Schaden. Na ja, mein Gott. Was habe ich alles? Einen Stab hast du angelegt. Ja. Gut. Ja, ich glaub dir das. Ich muss das nicht prüfen. Was? Was ist denn Knochen? Knorren. Ach, Knorren. Das ist wie der Zeige, der vorne ich brauchte, weil ich ja kein Mensch habe. Also, ich war mir gerne gestern, in dem wir auch sterben dürfen. So empfohlt ich das nicht. Richtig, was ich bin. Was machst du jetzt schon wieder? Ich heil dich doch. Lass das doch mal. Das ist nur wieder verschwendete Zeit. Und wenn hier keiner ist, dann müssen wir gucken. Da hinten stehen sie doch in der Lohnenfülle rum. Ach, so waren die Falschen. Nein, Erntegolem. Na aber klar. Wir müssen Erntegolem töten. Eine Erntegolem. Achso, die haben nur das Geierfleisch als Einblende. Ja, du hast recht. Aber die gibt es doch auch zweimal. Ah, Quartamara ist doch ein Sack. Ich habe eben einen Sack gesehen. Ich musste noch solche komischen Mehlsäcke einsammeln. Bist du Lederer mit dem? Ja, ich habe noch keinen Lederer gelernt. Achso, das solltest du irgendwann machen. Unbedingt. Na gut, okay, dann muss es nachgeholt werden. Weil das ist für einen Druiden, denke ich, wichtig. Ja, ich habe einen Sack. Ich habe jetzt einen. Weil du kannst ja glaube ich nichts... Ne, Lederrüstung ist Maximum. Schwerer geht ja nicht. Ja, ja, ja. Und das ist Leder, das habe ich auch so gestalt erledigt. Weil irgendwo war da noch eins mit... Das waren doch immer zwei hier nebeneinander. Hier drüben dann, wa? Ja. Hier drüben. Frostiger Erntegolem. Oder auch die falschen. Erntegolem. Aber warte mal, der Wolf? Nee, Kojoten. Kannst du uns anbreiten? Greifzahlen, ja. Das brauchen wir auch. Wenn wir irgendwo noch nicht weiterkommen, nehmen Sie ein Kratzen und Fripper. Na wieso denn? Wir machen das schon so, wir kriegen das schon hin. Sein schnell hat es nur noch 15, information. Ach quatsch. Ich würde dir anfangen, welche den Rücken lassen, die wir gerade brauchen. Sie sind nicht entgegelt, aber wir werden vollziehen, die können wir auch. Wusste ich doch, hier war noch ein Feld, wo die sind. Hey, bist du da hier? Ich bin bei dir, ja, ja, alles gut. Ich muss nur sagen, wenn du nicht da bist, weil wir bei dir nicht sind. Das ist ja Unsinn, dann könnte ich auch was anderes spielen. Nein, wenn du nicht da bist, dann werde ich nicht sterben. Da links, die Eberschnauze. Willst du nicht? Ach, ich muss schon hinten, ich weiß nicht. Ach, musst du? Geht doch nicht, du bist ein Bär, der hat doch keinen von hinten hin, oder? Nein, ich wollte ihn von hinten anstrengen. Nee, Quatsch. Das bringt nichts. Also ist nicht nötig, so meine ich das. Wir haben schon zwei auf der Bahn. Immer weiter. Machen wir beide vier? Brauchst du beim Leder und brauchst du, glaube ich, auch beim Stoff. Und ein Schmied sowieso. Machen wir beide vier? Ich habe Bedarf gemacht. Weil das ist Bedarf. Bei beiden. Sehr gut. Der Maximus. Rrrr. Mach ich doch eh schon. Mach ich doch eh schon. Ich bin außer rei... Achso, falsche Tasten gedrückt. Ich verstehe ständig Knochen. Ich muss mich echt zusammenreißen. Dass du Knorren sagst. Schön. Jetzt macht's auch viel. Abon. Keine Sorge, ich halte dich. Ich würd mich auch mal bitten. Ich würde mich auch mal bitten. Also, natürlich auch schon, aber doch. Sag dich nicht zu! Na du bist doch ein. Na du bist doch Angst. ай du bist doch Angst. So, nimm dich. so, nimm dies. und das. Und das. Ich weiß, das braucht man da auf halber Höhe bei dem Typen. Na, hinter dir. Also, ich hab mich versteckt. Ich hab den von hinten mit dem Knüppel. So, guck mal, was ich kann. So. Wow. Nein, der kommt schon. Na, mach doch. Nein, ich will mich mal anders machen. Und Schluss. Du bist ja langweilig. Neckig, schade. Äh, nicht zu viel Schaden. Das geht irgendwie auch raus. Na, dann mach du doch mit. Das geht irgendwie auch raus. Guck mal, wie schön du den wegkriegst. Ja, ist doch gut. Ich kann auch verblassen machen, so. Ja. Ähm, das reduziert mein Akku etwas. Oder Bedrohung. Bei mir ist das schon immer Akku. Oh, was kann man hier gewinnen? Heilig-Zauber-Schaden. Ja, ich glaube, das ist dann eher Heilig-Zauber. Ich dachte, ja. Weil damit werden alle Heilig-Zauber erhöht. Genau. Das könnte auch für ein... Das könnte auch für ein... Äh, Quatsch für ein... Na, weg. Na. Paladin. Hallo? Na, Heilig-Zauber. Der Paladin... Ja. Lass mich doch mal ausreden. Ja. Denn der Paladin hat ja auch Heilig-Zauber. Wenn ihr mir nicht irre, sind das beim Paladin. So. Mit... Falsche Taste. Krieg den Rücken Richtung 7. Ja, auf jeden Fall lege ich das an. Wo bist du? Was machst du? Warum machst du denn sowas? Nein, festgeworden und dann einmal beinahe an der Körper. Ah, okay. Was willst du denn, wenn man von Teufel spricht, ein Paladin? Kriegst du nicht. Sagst du mir vorher sowas, weil dann kann ich das Video anhalten, weil das braucht man... Ich weiß nicht, das ist vielleicht gar nicht so interessant, sich sowas anzugucken. Darfst du es nicht erwähnen, zwei? Ja, ja. Wir haben beide getankt. Ja, ja. Tanke du mal. Da kommt schon noch dritte. Ja, tanke. Ja. Immer tankt dir ein. Ja, ja. Ja, ja. Na, na, bleib hier. Okay, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10. Na, vielleicht einfach mich hier nicht. Hallo, Jami, schön, dass du da bist. Na, mach doch hier. Ja, geht nicht, ich will nicht sterben. Nein, ich mein' den ist hier. Ja, dann nimm dir doch mal den, Gaio. Was für da bist du da hast, der ist? Ja doch, immer mit der Ruhe. Du hast gesagt, du hälst sie mir vom Leib. Ist der Priester tot? Ist die Gruppe tot? Komm her, komm her, komm her. Ich hau alles drauf, also. Ist der Tank tot? Ist die Gruppe tot? Kann ich die machen? Ich werde die ganze Zeit betäubt. Gut, das war's. So, so macht man es nicht. So, die Audioqualität von deinem Sohn wird nicht besser, oder? Ne, der hat doch kein Mikro, der sitzt ja hier nur mit drin. Ich weiß grad gar nicht, wo ich hin muss. Da lang war, nach schräg oben. Ja, ich weiß, du bist als Irvish unterwegs. Das ist die Geistgestalt. Ja, rennen wir mal wieder hin. Ja. Ich geh sofort bei uns, wenn ich wieder loskomme. hinter dir, hinter mir. Hinter mir. Ansonst, ansst, ansst, ansst. Ich hab mal in Panik verfallen, ruhig bleiben. Trotzdem ruhig bleiben. Okay. War? Ja. Äh? Du hast vergessen, dir deine Attribute drauf zu jagen. Ja, das ist auch. Und dann... Na ja, das ist normal. Er ist tot. Ja, und der andere kommt zu mir. Ich weiß. Absolut. Ich hab' die, 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 die... Du hast trotzdem vergessen, dir die Attribute drauf zu jagen. Ja, ich kann aber nicht dafür, ich bin... Der ist wieder bei mir. Alter. Alter. Immer noch bei mir. Ja, ich hab'... Ich hab' Bulldog und das ist so Spott. Ich kann dich nicht mehr heilen, das war's. Weil du bist reingerannt, da bin ich gerade erst... Ich hab' mich gerade... Na ne, brauch' ich nicht. Du weißt, dass wenn man sich, äh, frisch belebt, man nur die Hälfte von allem hat. Ja. Ja. Sag doch doch, dass du... Da muss ich nichts vorher sagen, du siehst doch meine Anzeige. Wir müssen doch gegenseitig aufeinander achtgeben. Michael. Nein. Was wolltest du denn eben heilen? Du konntest dich nicht bewegen, du konntest dich nicht angreifen. Und sagst jetzt aber, du hättest dich selbst geheilt. Ich glaub' nicht, dass das klappt. Wenn ich in der nicht geheilt bin, dann wird sich das Mager wieder voll. Ich hatte volles Mager. Wetter. Naja. Egal. Kennst du Valheim? Ja, ich hab' gesehen, du hast das gespielt. Und ja, ich hab's mir schon mal ein wenig, ähm, angetan. Aber ich hab's selbst noch nicht gespielt. Ist ein bisschen ein Aufbauspiel, so nach dem Motto. Also, so, womit so kann man's vergleichen. Also ich weiß, du bist so eine Art, ich glaub' es sind sogar Wikinger, wahr? Oder zumindest Nordmänner. Und es ist von derselben Truppe, die Satisfactory gemacht hat. Also aus der Richtung heraus, gar nicht übel. Aber wie gesagt, gespielt hab' ich's noch nicht. Und jetzt gleich am Anfang nicht. Ich hab' es schon. Ja, aber eben weiter angeschaut hab' ich's mir noch nicht. Du hast es ja schon ein bisschen gespielt, also ich hab' das ja bei dir gesehen. Mach' du alles voll bei dir? Na, bei mir ist voll. Bis wenn ich gleich in den Kampf einsteigen muss, dann klappt das nicht. Du musst dir noch Dornen und alles geben. Das ist wichtig. Äh, Dornen fehlen noch. Äh, Dornen fehlen noch. Äh, Dornen fehlen noch. Äh, Dornen fehlen noch. Gut. Denn da hinten muss ich noch looten. Na, geht ja nicht, komm' hier nicht ran. Ja. Warte noch. Äh, ich geh' auf den rechts und du lootest. Wenn der linke jetzt rechts ist. Na, wieso dann? Bleib mal hier. Warte. So, hier. Immer ein Stückchen weißer. Eins nach dem anderen. Der kriegst du uns doch nicht an, denn es wäre doch eigentlich egal. Ähm, doch. Wenn du deinen einen, ähm, Drohruf oder diesen diesen Prankenhieb oder so machst und der und der kommt in der Nähe vorbei, dann ziehst du ihn mit ran. Habe ich noch nicht. Der macht nicht. Mhm. Sehr schön. Da hat wieder was, äh, getroppt, was gebraucht wird. Den hier, den rechten rufen? Oder machst du es selber? Na los, lass mal noch was schaffen. Warum heilst du dich? Sternfeuer hast du? Mondfeuer, ja. Mondfeuer ist natürlich auch was hübsches. So, 17 von 20. Naja, dann schaffen wir in der Folge wenigstens diese Erntedinger. Wenn noch welche da sind. Die werden hier gerade alle gekillt. Die werden hier gerade alle gekillt. Ich hab meine. Ja, Jami, Valheim, hatte ich dir jetzt beantwortet. Hoffentlich ausreichend. Bin mir nicht sicher. Woah. Macht doch mal eine Stück weit. Man sieht das nicht aus. Man kann es nicht aus. Ich kann es nicht aus. Aber ... Was ist ... Nein, wir brauchen... Wie sieht es mit unterschiedlichen Thumbnails aus? Was meinst du eigentlich mit unterschiedlichen Thumbnails? Also das hat mich den Tag schon etwas gewundert, weil wenn du die von den Videos meinst, die werden innerhalb einer Staffel gleich bleiben. Wenn du die übergreifend zwischen den verschiedenen Kategorien meinst, da sind sie ja eigentlich schon unterschiedlich. Zumindest sollten sie es sein, sagen wir mal so. Jetzt. Na, ich koch doch geiler Fleisch. Hm, ist aber kein Spy. Aber wir brauchen noch ein paar Erntebüter. Und auf dem anderen Feld sind die doch auch. Brauchen nur bloß zwischen den beiden Feldern immer hin und her rennen. Eben drum, weil wenn der 60er Jäger hier sitzt, brauchen wir uns... Der hat die alle schneller ran, als wir die sehen können. Der zieht hier garantiert den kleinen Gnom hoch, aber das Problem ist, dass das nicht so viel bringt eigentlich. Also wenn du dich von so einem großen ziehen lässt, ist das im Normalfall nicht die ideale Lösung. Ähm, bist du gerade warm? Nö, ich habe mir nur Hafer geholt. Wieso? So. Da standen Säckel rum. Und das habe ich mir geholt. Okay. So, und jetzt hier drüben wieder auf das Feld, weil theoretisch sollten hier welche rumhüpfen. Hier oben. Ja. 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 Du kannst vielleicht erst anhalten, wenn ich selbst sage... Ja. 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 Oder was meinst du mit den Thumbnails jetzt noch, also was jetzt unterschiedlich sein soll? Jetzt. Also wie gesagt, mein Gedanke ist, die innerhalb von einer Playlist sozusagen gleich zu lassen. Sie hat nicht gezählt, wieso das? Oder ich habe es übersehen. Nein, nein, ich brauche noch einen. Hm, habe ich vielleicht übersehen gerade. Hallo? Du hast gesagt, jetzt. Ich weiß. Gut. Sehr gut, 20 Stück, die haben wir. Ja. Greifzahn-Schnauze brauche ich noch, seniges Geierfleisch und Morlock-Augen. Knoll-Tazen haben wir noch, Greifzahn-Leber haben wir noch. Ich habe 8. Und die Fallensteller der Divias. Du bist ein Bär, du kannst nicht kochen, das ist dauerer Quatsch. Ich bin der, ich bin der Königfreund. Ach so. Äh, jeder, Beweglichkeit und die Bremskraft hat auch mehr Leder, äh, mehr Rüstung. Du, Rüstung ist immer guter als Bär. Und Beweglichkeit, ja, warum nicht? Die Beweglichkeit ist als Schorker und das Frau. Ne, du bist aber als Bär unterwegs, nicht als Schorker, oder? Ja, ich bin noch 7 Jahre alt. Hallo? Ist ja nicht so viel. Seid vorsichtig. Ausdauer- und Willenskraft, sehr gut. Na, davon brauche ich noch einiges mehr. Geier aus. Zugehört? Gut. Es ist schön, dass du das alles finden möchtest, wir brauchen das aber beide. Ja. So, okay, der hat funktioniert. Den haben wir schon mal durch, den Quest, den konnten wir abgeben. Das Gewand hat sich natürlich auch gelohnt. Füllenskraft kam dazu, ein bisschen mehr Rüstung. Ja, einiges mehr an Rüstung. Und Ausdauer auch. Das ist schon mal nicht schlecht. So, und mehr dann im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da. Drückt auf Abonnieren. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.